Ein großer Programm mit den Olympiade-Marsch, weiter geht's mit Adam Song von Louis Adams. Der SS-er Louis Adam war ein französischer Komponist und Klaviervirtuose. Robert von Beringen bearbeitete das Araccio aus einer Sonantine für Klavier von Louis Adams und benannte sie auch nach diesem Adam Song. Eine schöne Wiederentdeckung, gespielt von der Trachtenkapelle Bad Amstorf für Sie, meine Damen und Herren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020